Sympathisch, verschmitzt, lächelnde Schattenboxer ist den Insidern an der Saale bekannt. Dafür sorgte er in der ersten Bundesliga, wo er für den SV Halle auf Punktejagd geht. Der österreichische Rumäne soll dann nun gar mit seinen drei streichen in der dritten Runde gegen den deutschen Mirko Schade. Die Fliege sorgte gestern für Riesenstimmung unter den 2000 Zuschauern und diese hatten ihren Turniersieger, der Halle weiterhin treu bleiben wird.